Peru News heute alles, was Sie über Peru wissen müssen. Peru unterlag bei den Volleyball-Vorolympiaden Bulgarien. Die Nationalmannschaft verlor beim fünften Termin der Vor-Olympiade im Frauenvolleyball 2023 mit 0 zu 3, 25 zu 13, 25 zu 18, 25 zu 16. Peru unterlag am fünften Tag der Vor-Olympiade im Volleyball der Frauen Bulgarien. Die Nationalmannschaft verlor beim fünften Spieltag des Wettbewerbs mit 0 zu 3, 25 zu 13, 25 zu 18, 25 zu 16. Die peruanische Frauenvolleyballmannschaft erlitt beim Vor-Olympischen Turnier, das in Japan stattfand, eine neue Niederlage. Das von Francisco Hervas angeführte Team wurde von Bulgarien überholt, einem Team, das bis vor dem Spiel gegen Peru ebenfalls keinen Sieg errungen hatte und einen Punkt hinzufügte, nachdem es zwei Sätze gegen Brasilien gewonnen hatte. Das nationale Sextet konnte nicht seine beste Version hervorbringen, was während der gesamten Meisterschaft der Fall war, und verlor erneut mit 0 zu 3 in einem der schwierigsten Defensivspiele für die von Paco Hervas angeführten Mannschaften. Die Bulgaren gewannen mit Teilständen von 25 bis 13, 25 bis 18 und 25 bis 16 und verwiesen Peru auf den letzten Platz in der Gruppe B-Wertung. Damit liegt Peru nicht nur sieglos auf dem letzten Tabellenplatz seiner Gruppe, sondern ist auch die einzige Nationalmannschaft der Gruppe B, die nur einen Satz gewinnen konnte und vier ihrer fünf Spiele mit 0 zu 3 verlor. Es bleibt keine Chance, das Land bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 zu vertreten. Vorerst muss Peru noch zwei weitere Spiele absolvieren. Die erste davon findet diesen Freitag statt und misst die von Hervas angeführte Mannschaft gegen die puertorikanische Mannschaft, während die nationale Teilnahme am kommenden Samstag ab 23 Uhr peruanischer Zeit endet, wenn die Nationalmannschaften gegen Argentinien antreten. Peru News Today Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram Hochschule Und Auf Bei Bei bei